Oh, schön. Und jetzt? Jetzt hatte ich mir wieder richtig Bock drauf, ein Spiel zu spielen. Auf dem Smartphone. Schauen wir doch mal, was es da so gibt. Gardenscapes. Kriege ich auf jeden Fall schon mal kostenlos. Geil. Oh, toll. Münzen. Münzen und Tickets. Na ja, okay. Subway Surfers. Sieht ein bisschen weird aus. Aber wir können ja mal schauen. Gibt es ja auch so zum Kaufen oder zum Laden? Natürlich. Coins. Man kann eine ganze Menge Coins nachkaufen. Okay, nein, danke. Uh, Frozen City. Sieht interessant aus. Ganz gute Bewertung. Ja, ja. Mittleres Angebot, kleines Angebot und ein Haufen Edelsteine. Edelsteine. Ja, Candy Crush. Sodasaga. Natürlich. Kann man auch so laden. In-App Käufe. Small Offer. Juicy Offer. Sweet Offer. Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen, Leute? Wo ist die gute alte Zeit hin, wo man einfach nur ein Spiel gekauft hat und es besessen hat? Meist auf einer CD oder DVD. Man konnte das Spiel sogar weitergeben, verschenken, verkaufen. Ja, und man hat das Spiel einfach besessen. Man hat einmal Geld gezahlt und hat das Spiel besessen. Die guten alten Zeiten, wo es noch Demo-Discs gab. Ja, wo ein Demo drauf war, hat man ein Spiel angespielt und wenn es einem gefallen hat, hat man es einfach gekauft. Für einmal Geld. Und heute wird man zugeschüttet mit Spielen, die vermeintlich geil sind, gute Grafik haben, viel rein investiert wurde an Energie und Zeit und Ressourcen, was dann kostenlos angeboten wird, um anzufüttern. Um dann halt mit Münzen, Edelsteinen, Ticket, keine Ahnung, Coins, dann immer wieder den End-User, den Spieler zur Kasse zu beten im Prinzip. Wisst ihr, ich hatte das Video dann wirklich schon fertig abgedreht und fertig geschnitten und wollte es dann eigentlich auch schon hochladen. Und dann ist mir aufgefallen, ich will euch gar nicht so lange langweilen mit so viel Detailinformationen und so weiter. Das Video ging mir schon wieder viel zu lang. Es sollte ursprünglich überhaupt mal ein Kurzvideo werden, also zwei Minuten vielleicht. Und das wurde dann schon wieder viel zu lang. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich euch viel lieber ans Herz legen, die Sendung Neo Magazin Royale vom 22.09.2022. Da wird das Thema viel besser aufgegriffen, aufgearbeitet, in einer viel besseren Art und Weise, als ich es jemals könnte. Von daher, ich verlinke euch das in der Beschreibungsbox. Schaut euch das gerne an, die Sendung, wenn euch das Thema weiter interessiert und was alles dahinter steckt und das ganze Konzept halt. Aber zum Schluss möchte ich trotzdem noch die Chance nutzen und möchte ein bisschen Werbung machen, unbezahlt allerdings. Ein bisschen Werbung machen für solche Entwickler wie den Tobias, der Paragon Pioneers entwickelt hat oder programmiert hat das Spiel. Was es in einer Lite-Version gibt, die man sich kostenlos laden kann im App Store und die dann halt eben auch, wo man die erste Insel spielen kann. Und dann für 5 Euro, was völlig okay ist für das Spiel, für 5 Euro sich die Vollversion kaufen kann und das Spiel dann einmalig gezahlt hat. Und man kann den ganzen Inhalt komplett genießen, keine Nachzahlung, nichts, keine In-App-Käufe, nichts. Ich habe das Spiel selber exzessiv echt eine ganze Zeit lang gespielt, hat richtig Spaß gemacht, kann ich euch auch nur ans Herz legen. Also unterstützt lieber solche Leute, solche Entwickler, anstatt das Konzept mit den In-App-Käufen zu unterstützen. Das soll es dann auch gewesen sein, es ist wie gesagt trotzdem das Video ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich wollte. Ich hoffe trotzdem es hat euch gefallen, es hat euch ein bisschen was gebracht, ich konnte vielleicht ein bisschen was anregen bei euch und hoffe wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.